Wir leben noch? War das doch kein Traum? Oh, das sind unsere Gedanken. Okay. Choriko? Wir sind ganz blass. Was ist passiert? Choriko? Sollte der uns gar nicht fressen? Wir könnten nur etwas Besonderes auswählen. Was passiert jetzt? Sind wir tot? Oh nein. Oh nein. Choriko? Oh nein. Können wir hier was machen? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. wo bringt die uns hin in die sonne aber wir sind doch keine blumen so und 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 Oh, steh auf. Was ist das jetzt? Ist das das Ende der Geschichte? Wir leben! Wir leben noch. Wir leben noch. So wie gut geht es? Ist das? Ist das? Heeeey! Heeeey! Wir leben! Jaaa! Wer hat sich gerichtet? Hey! Ohhhhhhh! Das ist noch das! Oh man! Jaaa! Jaa! Sie schatz, heeeey! Jaaa! Und er hat sich Sorgen gemacht um uns. Ja, ja! Oh, guck mal was er da genießt! Guck mal! Mein kleiner Schoko-Au. Kommst du? Kommst du mit? Oder willst du da hinten noch so ein bisschen gucken? Die Frage ist, müssen wir da wieder hin? Nicht, dass er da vorne gleich wieder komplett durchdreht und uns nochmal frisst. Das wäre nicht so super. Trico? Versprichst du, du bleibst lieb? Also, lieb. Nicht fressen. Nicht uns fressen. Ja? Gucken wir, ob das gut geht. Hey! Okay, bis jetzt ist noch alles gut. Frage ist, wie kommen wir hier jetzt durch? Wie kommen wir jetzt weiter? Hast du eine Idee? Was ist denn da? Hey! Weißt du, wie es weitergeht? Hey! Hey, da oben! Oh, Batterie ist fast leer. Okay. Okay, Ladegerät, Ladegerät, Ladekabel, 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 Where is my fucking Ladekabel? Okay, sagt Churiko. Da oben, guck mal, da oben, kannst du mich da hinbringen? Kannst du? Kannst du mich da hinbringen? Ja, genau da auch! Schast du, yay! Okay, guck dir hier jetzt um, da ist ne Leiter, da können wir runter. Na, falscher Knopf, oh oh! Dreck 17! Hey, Trico! Okay. Sehe den Hebel. Mop! Komm, großer! Hier geht's lang! Ähm, ähm, links, rechts. Okay, hier gibt's nichts mehr. Okay, fressen. Schade. Oh, ein Viech, ein Krabbelviech. Guck mal, ein kleiner Gekko. Guck mal, ein kleiner Gekko. Hey! Also, Trico, wenn du Hunger hast, den darfst du essen. Mir liegt sonst gar nichts. Okay, das ist zu. Du kommst hier nicht durch, ja? Ich muss alleine weiterlaufen. Ich hab's mir schon fast gedacht. Okay, nein. Ähm, warte, 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 da. So, komm ich da nicht hoch. Da muss ich anders hoch. Da muss, äh, Trick 17? 18? Okay, stell dich irgendwie auf den Stein oder so. Und versuch dich da lang zu hangeln. Ähm, ja, wir haben's gleich. Oh. Okay, wie kommen wir hier hoch? Okay. Auf seinen Kopf vielleicht? Können wir den Pfad? Ja, ja. Okay. Oh! Hey! Oh, hey! Us want mir eine Plase? nein ja ja so bleiben oh mein gott genau bleibt so die kamera führung ist wieder absolut grandios meine fresse okay jetzt hier durch wo sind wir okay alles halt ein bisschen kleiner klappt das mit der kamera führung nicht so hundertprozentig okay okay kommst du mit kommst du hier durch oder ist dir das zu eng ich glaube das ist jetzt zu eng kommst du hier ja hei ich kommt dass er sich da durchdrücken kann kommt einfach so eine riesen kopf an ich bin mir nicht so ganz sicher aber tricot jetzt nein oh shit das war jetzt nicht so klug das war jetzt dieser der die das war jetzt